willkommen zurück zu einem neuen video freunde hier aus meinem auto es geht auf nach österreich dort treffe ich meinen guten alten kumpel konkurrenten und auch sehr guten freund fabian meyer wir trainieren heute push und morgen trainieren wir auch noch was wird auf jeden fall ein bisschen content für euch sein aber auch ein bisschen spaß für uns darauf freuen wir uns extrem wir sind schon mitten in der trainingsvorbereitung schon vier stunden autofahrt hinter uns gehabt jetzt noch eine stunde bis wir da sind deswegen gibt es 80 gramm instant rice pooling mit 40 gramm tussiplus dazu noch ein bisschen wasser dann kommen wir gleich an und legen auch schon direkt los mit dem training würde ich sagen wir sind gerade mitten im push training das komplette video könnt ihr auf harvis kanal sehen aber es gibt auf jeden fall ein paar coole sachen die schon passiert sind in der ersten video mir gefällt es wie immer extrem hier in happyfit die gerätschaften sind komplett anders als meine gewohnten aber das wichtigste ist immer schwer zu trainieren dann geht nichts schief also immer an die grenzen gehen und dann weiß man ungefähr egal wie unterschiedlich die maschinen sind bekommt man seine grenzen komischerweise sind die menschen auch alle ultra freundlich also man kriegt hier wirklich immer ein hallo aber ich glaube es liegt daran das farbige prominent ist dem kann ich wissen wer ich bin also ich weiß nicht ob man die prominenz erkennen kann aber sowas findet man hier häufiger kein bisschen verbalität aber trotzdem wenn man im training jemanden hat der so ungefähr gleich auf mit jemandem ist und er noch vorlegen kann dann bitteschön werdet euch echt das video freuen können dann hast du solche freunde thomas und fabi sagten gerade fabi hat nur acht gemacht also wie sagt er hat 15 gemacht ich mache auch 15 aber er hat nur acht gemacht in der glücklichkeit jetzt geben uns unsere form anschauen auch das findet ihr dort das war auf jeden fall mal wieder richtig erfrischend fabi ist ein extrem extrem super kerl noch also ebenfalls so guter athlet und deswegen sehr motivierendes training gewesen hat echt spaß gemacht und wie gesagt ein paar grenzen wieder überstoßen das war gut first things first nach dem training erstmal cornflakes mit protein fulva fabi ist schon auf dem weg zum einkaufen zu fertig machen und für uns geht es gleich ins hotel der ersttag abgehakt wir haben glaube ich jetzt knapp drei stunden hier noch fünf stunden autofahrt also erstmal heimkommen akklimatisieren manchmal auch ganz cool aus der komfortzone raus zu steppen und auch wenn man fünf stunden fahren muss für ein cooles training dann ist das so dann gehört das dazu und auch alleine zu trainieren ist für mich normalerweise kompletter standard aber wenn ich einen trainingspartner seite haben möchte dann auf jeden fall so jemand wie fabi macht auf jeden fall immer extrem spaß wir verstehen uns auch immer extrem gut also es tut extrem gut und wir haben morgen auf jeden fall noch mal ein schönes training vor uns morgen stehen arm auf dem programm haben natürlich wie immer brutal aus also dass der sich auf die olympia qualifizieren wird das sehe ich auf jeden fall schon also fabi ist für mich einer der der besten bodybuilder so überhaupt die ich gesehen habe und das ändert sich nie also fabi in echt ist ein monster ist einfach brachial jetzt sind wir auf jeden fall im hotel oder am hotel angekommen und jetzt erst mal eingecheckt so hausen wir in steyr bei fabian meyer also in dem hotel in steyr offenes badezimmer habe ich noch nie gesehen und das war es eigentlich dadurch dass wir quasi nur heute hier sind habe ich den ganzen heutigen tag geprägt und den morgigen tag werde ich genauso geprägt durchziehen habe jedenfalls ein paar andere alternativen gefunden denn ich habe ja keinen appartement sondern eher ein hotelzimmer und dementsprechend weder wasserkocher noch sonst was hier sondern nur kaffeemaschine aber ich denke die bei der rezeption sind bestimmt so nett und geben ein heißes wasser raus als reisbasis habe ich mein instant rice pudding dabei mein fleisch werde ich mir fertig gebraten kaufen draußen beziehungsweise fertiges fleisch und der rest ist easy zum beispiel mein frühstück ist eh instant rice pudding mit proteinpulver mit nüssen und apfelmus habe ich alles dabei und alles wird so zusammen gepuselt und für zwei tage geht es voll klar alles was ein bisschen komplexer wird oder unüberschaubarer vor allem nicht mit auto ist auf jeden fall appartement sinnvoll deswegen so für unterwegs sind wir ganz entspannt wenn man seine meals so leicht wie möglich vorbereiten kann und aktuell bei dem essen dann geht das spielt auch keine große rolle um ehrlich zu sein also so eine mahlzeit macht mich jetzt auch nicht wirklich mehr satt wenn jetzt ein bisschen instant rice pudding wäre gemüse und hähnchen dann ist es das gleiche auf jeden fall ist alles vorbereitet und morgen ist es quasi nur der halbe tag deswegen ganz entspannt aber vorbereitet sein das a und o in der prep tag nummer zwei hier in steyr ich habe mein pre-workout schon vorbereitet musste ich gleich verputzen denn heute geht es nämlich ins zweite training mit fabi arme stehen auf dem programm meine brust und meine schulter sind voll zerstört also ich bin schon mit dem fettesten muskelkrater seit langem aufgestanden das war auf jeden fall ein sehr gutes training meine shakes habe ich ebenfalls schon vorbereitet alles am start gehabt das heißt langsam auschecken und ein bisschen zeit vertreiben wir haben noch über eine halbe stunden bis wir ins training gehen deswegen habe ich ein brötchen geholt weißt du die sind ja bei euch abgewogen sogar 50 am guten bus und danach das was an den drei hauptnummerzeiten übrig bleibt als eine mahlzeit eine frage einstellt wenn wir eine frage dann brauchen wir einfach zum sprich auch werdet ihr auf denselben wettkämpfen starten hat denn soziales umfeld gelitten wegen dem sport so diese linie diese arme beine geiler frame ich bin nämlich so viel davon ausgegangen dass das letztes jahr schon hoch ist damit ich dachte was ist passiert so ja wieder zurück aus steyr in der gewohnten umgebung cardio ist schon erledigt die prep geht nach wie vor weiter heute sind es an diesem tag genau zehn weeks out also noch ganze zehn wochen bis zum ersten wettkampf und das update mit stefan ist auch schon durch habe ich ein vorbilder zugeschickt gewicht zugeschickt gewicht hat keine veränderung gehabt in den letzten sieben tagen jedoch muss man dazu sagen dass die letzten zwei tage trotz autofahrt und sowas immer ein bisschen stress bedeuten auch vielleicht ist ja nicht ganz spürbar weil ich fand die autofahrt überhaupt nicht schlimm es war alles sehr angenehm ist eine sehr angenehme reise die prep lief super es ist super also alles war wie gewohnt bloß warten jetzt zwei tage ab weil vielleicht gibt es doch noch einen kleinen gewichtssprung ich dachte man meint die kommt besser geworden nach den bildern ich sehe es auch so und deswegen packen wir das ganze so wie es ist ich hoffe euch hat dieses behind the scenes etwas gefallen ich könnte euch auf richtig richtig cool content freuen also ich freue mich schon auf den release ja es wird echt cool in den nächsten tagen werden die ganzen videos geschnitten und dann habt ihr wirklich was zu schauen ich freue mich sehr auf euer feedback und ich hoffe an dieser stelle es wird euch gefallen mit dem code aldin könnt ihr mich auf esn.com wie immer unterstützen mit dem besten rabatt mit dem besten angebot ansonsten vielen dank freunde und bis zum nächsten mal